UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Wovon dann? Es geht nicht darum, was du getan hast. Es geht nicht um das Auto. Sondern, wem es gehört. Wer? Das war irgend so ein Niemand. Dieser Niemand, dem es gehört... ...ist John Wick. Und nannte ihn... Der Schwarze Mann? Diese Bezeichnung wird John nicht ganz gerecht. Er ist derjenige, den du losschickst, um den Schwarzen Mann zu töten. Und jetzt klaut meins... ...ein paar Tage nach dem Tod seiner Frau... ...seinen Auto... ...und töttet seinen Scheißhund. ...weil... 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 ...und nöpnen ...und nöpnen ...und nöpnen ...und nöpnen Ich, wenn ich heute meinen Freundsbleit Be inferred meine Zeit,ítulo und es le�ert auf, ist es bloß dass grand also 경우 für dich das nah und nur dann travel im Kopf Stimmen flüstern, heilig töten, do you cry? After flight